Mann, ich hab die gebombst, Mann, von unten bis oben. Kennst du das auch? Boah, Digga, ey, du weißt, ich war gestern bei dieser Milena, aller. Ja. Ich hab die gebombst, Alter, von unten bis oben. Ich schwör dir, wir haben hier angefangen. BOMM, waren wir oben. Ja, Mann, ey, ich hab die sowas von durchgegabt, weil nur drei Fenster sind kaputt gegangen. Ja, letztes Mal fünf, heute nur drei. Unglaublich, ey, aber trotzdem, von unten nach oben hab ich gelb. Mann, 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 ey, ey, sie ruft ab. Warte. Hey, Schatz, ja, gestern war sauschön, ey. Wirklich, ey, das können wir gerne wiederholen. Hä? Kennst du das auch? Hä? 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 Ha, funktioniert wieder. Kennst du das auch? Ey, Junge lang, suchst du schluss oder was? Ich mach nix. Ey, Junge, komm doch, ey. Halt mich zurück. Halt mich zurück. Hör mal, ey. Kennst du das auch? Digger, wie kannst du mal ein Video besser finden als YouTube? Junge, mein Video ist hundertmal besser. Es kommt allein von ProSieben, Mann. Mehr Werbung, das heißt mehr Geld, mehr Einnahmen für alle. YouTube ist einfach in allen besser. Ja, null. Natürlich. Ey, YouTube ist viel geiler. Ey, ich hab nur Mutter gehört. Ich sag's dir. Ey, ich hab nur Mutter gehört. Der geht direkt aufs Blus, Herr. Was ist los? Ich hab die richtig schlagen. Was hast du mit dem Vater gesagt? Was hast du mit meinem Mutter gesagt? Und kennst du das auch? Ach, geil. Und kennst du das auch? Kennst du das auch? Kennst du das auch? Die ganze Playlist von allen, kennst du das auch? Mittlerweile 13 oder sowas. Hier verlinkt es. Hier unten gelangt ihr zu anderen Scheißen. Mein Lieblingsformat, Lifehacks, was mir zumindest am meisten Spaß macht. Checkt es unbedingt mal aus. Falls es euch gefallen hat, gebt man einen Daumen nach oben. Falls es nicht, gebt trotzdem Daumen nach oben. Oder schreibt doch mal eure, kenntst du das auch, Momente in die Kommentare. Ich bin mal sehr gespannt. Wir werden dann auch wieder in dem nächsten Video eingeblendet. Auf was habt ihr wieder Bock? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns wieder nächste Woche Samstag. Okay, ciao. Ciao. ARD Text im Auftrag von Funk